Was ist für alle eine riesige Herausforderung? Ich glaube, es war für alle eine riesige Herausforderung. Wer hätte im Januar gedacht, was dann im Frühling alles kommt, der Sommer durch, jetzt im Herbst, Winter auch wieder. Ich glaube, eine riesige Herausforderung. Vieles passiert, was man nicht für möglich gehalten hat. Und ich glaube, es hoffen alle, dass irgendwann dann wieder zurück in die Normalität geht. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass die, die krank sind, möglichst schnell gesund werden. Das ist mein grösster Wunsch, dass es ganz schnell aufwärts geht. Ich möchte aber an dieser Stelle auch zuerst unserem ganzen Team, aber auch den Teams von allen Rettungsdiensten in der Schweiz, von allen Leitstellen 144, wie auch allen Mitarbeitenden der Gesundheitseinrichtung tausendmal Danken sagen für diesen super Job, den alle miteinander gemacht haben. Und ich glaube, wenn etwas beweisen wurde, dann ist es, dass es nur zusammen geht. Nur miteinander kommen wir durch diese Zeit durch. Und darum nochmal Merci viel, vielmal allen den Mitarbeitenden in der ganzen Schweiz für diesen super Job. Was ist die Idee? Also die Idee ist eigentlich eine einfache, die ich an den Osteren den Song von Heimweh gehört habe, zusammenheben. Da hat es bei mir Klick gemacht und ich dachte, das ist genau der Song, der es braucht, um zu zeigen, wie die Rettungsdienste, wie die Leute in der Gesundheitseinrichtung zusammenheben. Wir haben ja dann im Ende Frühling bereits ein Video gedreht mit ganz vielen Rettungsdiensten, mit vier von unseren Rettungshelikoptern. Und jetzt geht es eigentlich darum, dass wir nochmal kurz zurückschauen können. Aber viel wichtiger ist, vorwärtszuschauen, diese Zeit hinter uns zu haben und nochmal allen Leuten zu sagen, nur miteinander, nur wenn wir zusammenhalten, dann wird es funktionieren. Lecker außergewöhnlich ist innovat prosper usted. wenn Sie diese ZeitBS, dem Lock withdrawn zu aufwärts unsЭто curtain bellozy eran die Zeitpunkt. Die Zeitpunkt hat aber andere zap рекstelle Chancen vídeo. essas Fournzeiro intro ist einfach. Vielen Dank.